Sehr, sehr gut. So, ähm, da haben wir eine Feuerwehr. Ich glaube, hier oben ist es am wichtigsten, eine neue Feuerwehr zu bauen. Hier wollte ich die hinbauen, ne? Genau da. Alles klar, dann müssen wir jetzt auf eine neue Feuerwehr sparen. Ähm. Anfrage nach Wohngebieten. Das ist schon wieder fast, fast alles voll bewohnt. Hier müssen wir auch noch eine Straße irgendwie langführen lassen. Von hier, hier können wir nochmal eine Straße irgendwie hier rumführen lassen. Keine Ahnung, hier nochmal so ein kleines, rundes Wohngebiet draus machen oder so. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mega viel, was hier los ist, ey. Wohngebiet Nachfrage ist doch ziemlich hoch, ne? Doch schon ziemlich, ziemlich hoch. So, wir haben 8000. Ja, GG. Was ist mit der Cam? Ja, was ist denn das mit der Cam? Solange das hier eh noch rumwürstelt. Ähm. Heilige Kacke, Alter. Das liegt dann an einer mega CPU-Auslastung. Scheiß die Wand an. Meine Qualität in der Cam ist ja noch ganz okay. Greenscreen packt auch nicht ab. Alles super. Aber die CPU-Auslastung ist halt mega hoch, Alter. Oh, jei, jei. City Skylines zieht mega viel. Warum auch immer. Das ist ja übel. Kann ich das nicht irgendwie, kann man das nicht in den Einstellungen irgendwie ändern? Ich hab die Einstellungen ja nicht mal auf hoch. Also nicht mehr, über krass ist ja alles nicht hier, ne? Wo Schatten hab ich. Schatten ziehen immer mega viel. In jedem Spiel hab ich das Gefühl. Kurz. Ja. Hab ich das nicht sonst immer deaktiviert irgendwo? Ich hab keine Ahnung. Äh. Keine Ahnung, ob's jetzt besser ist. Ich weiß es nicht. Einstellungen ändern, also Grafikeinstellungen ändern bringt bei mir irgendwie sowieso kaum was an FPS-Anzahlen. Nie. Irgendwie. Ob ich jetzt zum Beispiel bei League of Legends, ob ich jetzt auf komplett höchster Grafik oder auf komplett niedrigster Grafik spiele. Es juckt nicht. Es juckt nicht. Es ist völlig vain. Warum auch immer. Die FPS ändert sich null. Einfach null. So, wo wollte ich da denn die Feuerwehr hinhauen? Was denn? Was ist das denn? Wasser. Rohprobleme? Wie, Rohrprobleme? Was? Na, ne. Wasser ist doch alles okay. Oh, die haben noch... Ach ja, die haben noch kein Wasser. Hier kriegt er Wasser. Alles fresh. So, hier sind die ganzen Häuser schon wieder... Alter, was ist denn das? Die ganzen Häuser sind schon wieder abgebrannt. Muss ich hier... Ich muss hier noch eine Feuerwehr hinhauen irgendwo. Da bietet sich doch jetzt gerade der perfekte Platz an. Das bietet sich doch hier perfekt... Upsi! Nein! Shit, das wollte ich nicht. Warum ist denn schon wieder als... Oh, Mann. Ähm. Ne, ich brauche nur vier, ne? Ja. So, dann passt die Feuerwehr da auch perfekt irgendwie hin. Glaube ich. Irgendwie wird das schon gehen. Ähm. Genau. Hier oben kommt dann auf jeden Fall noch eine Feuerwehr hin. Ich weiß auch nicht, warum ich die... Ne? Warum ich hier noch eine hinbauen muss. Obwohl das ist... Ich glaube, dann sollte ich lieber hier hinten eine hinbauen. Machen wir mal den Fleck frei. Das hier wieder alles zu. Genau. So, äh... Feuerwehr. Hier hinten. Wo wollte ich die hier hinbauen? Da. Okay. Hier wollte ich eine hinbauen. Ich würde eine hinbauen. Äh. Das kann ich erst mal wegmachen. Ist abgebrannt. Schön. So, Polizei ist alles okay, ne? Polizei ist alles fresh. Genau. Gesundheitswesen. Muss hier eine neue Arztpraxis irgendwie in die Nähe. Hier könnte ich eine hinhauen. Ich glaube, das mache ich dann auch gleich. Die hier unten, Alter. Hier ist eine Arztpraxis. Geht da einfach hin. Hier. Die. Die beiden. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ja, gehe, gehe. Ist schon wieder auf Pause. Warum ist es schon wieder auf Pause gewesen? Das Haus brennt. Auch nicht schlecht. Schön. Neuen Friedhof könnten wir auch bauen. Aber... Nö. Nö. Ist noch okay. Kranke Bürger 38. Ja, ist okay. Geht voll klar. 10.000 Geld haben wir auch gleich. Gewerbegebietanfrage steigt. Wie es aussieht. Schön. Kommt schon. Yes. Yes. Perfekto. Was ist denn mit den Bürgern los hier? Warum ist denn... Gesundheit... Die Gesundheit ist niedrig. Nicht die Nachfrage. Oh. Hm. Und hier ist Gefahr. Hier ist die Gefahr. Wieso ist hier die Gefahr denn so hoch? Ha. Ich weiß nicht, warum... Ah, egal. Hauen wir hier in das Spiel noch eine Feuerwehr hin. Wenn wir das Geld haben... Oh, ich hasse. Das ist das Einzige, was doof ist. Wir müssen halt warten. Ewigkeiten warten. Schön die Handgelenke mal knacken lassen. Das ist schön angenehm. Bup. Vettlerstrich. Das ist ein super Name, finde ich. Das ist ein super, super Name. Genau. Erstmal wollte ich jetzt hier... Oh, ähm... Tut mir leid, du Häuslein. Dich muss ich abreißen. Ja, geh, geh. Es tut mir so leid. Shit. So, äh... Mhm. Ja, das ist jetzt, äh... Ein bisschen... Ein bisschen doof. Gucken wir mal so. Das ist eine komische Straße. Ja, ich weiß. Komisches Wohngebiet. So. Bis hier hin. Dann würde ich von hier oben nochmal nach... Hier. Und... Nicht genug Geld. Alles klar. Bis hier oder so. Hm. 1600... Äh, 1900 kostet's. Alles klar. Schön. Und von da aus dann nochmal irgendwie... Zu der Straße oder so. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache, ey. So. Sieht doch schön aus. Haben wir nochmal ein richtig... Sleetes Wohngebiet. Upsi. Hab ich nicht grad das Wohngebiet ausgewählt? Was ist das denn immer? Warum wählt das denn nicht aus? Das liegt wahrscheinlich dadurch... Dass das Spiel einfach mega laggt. Ich glaub... Ja, ich nehm mit... Nicht mal mit 30 FPS nehm ich grad auf, alter. What the fuck. Einfach nur weil... Ja. GG und so. Es wird so Zeit, dass ich die neue CPU etc. alles habe. Oh Mann. Mein Rechner hat sich in den Jahren... Ja. Ein bisschen gehen lassen, wie's aussieht. Naja. Okay, haben wir noch mehr Wohngebiete. Super geil. Wasser. Wir brauchen Wasser. Auch in Rohrleitungen. Nach dort. Und noch einmal hier rüber. Und noch einmal... Ich hätte gern 1500 Geld. Eigentlich muss ich das gar nicht machen. Guck mal, es ist komplett belegt hier. Was eigentlich bin ich von hier nochmal... Ich könnte fast... Fast könnte ich hier komplett nochmal ausfüllen. Aber lohnt es sich, glaub ich, mehr zweimal hier rüber zu ziehen. Hier kann ich aber komplett ausfüllen eigentlich, ne? Ja. Finde ich. Ja. Einmal nochmal komplett Wasser ausgefüllt. Okay, schön. Hier bestimmt auch. Ja, super. Dann hier auch nochmal. Okay. Können wir hier auch komplett? Ja, können wir, glaub ich. Wir haben nur nicht genug Geld. Das haben wir aber gleich. Super. Dann müssen wir hier nochmal irgendwie... Irgendwie... Ja, es ist... Ist jetzt aber erstmal egal. Ähm... Guck mal, der hier unten kriegt gar kein Wasser ab. Ja, super. So. Jetzt kriegt er auch Wasser. Äh... Was soll ich denn machen? Was hatte ich denn hier? Hatte ich hier nicht irgendwas... Was hatte ich hier denn? Strom haben die genug, oder? Ja, ich schätze schon. Ich schätze schon. Oh, hier vielleicht nicht. Äh, ich würde das hier... Äh, hier vielleicht nicht. Was ist denn ich... Hier könnte ich nochmal einen hinbauen. Und hier... Den da nochmal... Ist nicht hiermit irgendwie... Hier versuchen hinzuziehen. Damit zu verbinden. Ja, doch. Ich glaube, das passt so. Irgendwie geht das schon. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ist okay. Ähm... Aber wir haben viel an Strom abgedeckt. Auf jeden Fall. Ist schon okay so. Ähm... Ja. Wir haben fast die 5000 Einwohner. Finde ich okay. Finde ich alles... Okay. Wir machen mittlerweile viel Geld. Was bringt das eigentlich, wenn ich das hier... Was ist das? Was ist, finde ich, das hier... Ah, wir können die Steuern hochsetzen. Mache ich mal die Steuern dafür ein bisschen runter. Industriegebiet mache ich mal ein bisschen hoch. Hier mache ich die Steuern auch mal auf 16% oder so. Ich hoffe, das war jetzt... Oh. Ja. Das war super. Das war sehr gut. Das war super. Wieso habe ich das... Oh mein Gott. Wieso habe ich das nicht früher gemacht? Guck mal. Oh, wir kriegen so viel. Oh, schön. Wir haben... Oh, 51.000. Super geil. Jetzt haben wir das hier. Genau. Hier wollte ich nur eine Feuerwehr hinhauen, ne? Oder wollte ich da... Nee? Ja, eine Feuerwehr wäre nochmal ganz schön, hier hin zu hauen. Dann haue ich hier nochmal eine hin. Alles fresh. Genau. Und hier oben wollte ich auch nochmal... Hier eine hinhauen. Hier ist immer noch Brandgefahr mega hoch. Was ist das? Die hinten auch. Ja, geh, geh. Neues Gebäude. Wir haben... Ja, die Oberschule zur Verfügung. Wir haben hier eine Schule, ne? Eine Schule haben wir da. Was haben wir denn? Wir haben hier... Hm. Wir könnten doch hier so... Hier eine neue Schule hinbauen. Und hier in das Riesengebiet können wir auch gleich nochmal eine Schule klatschen. Ja. Das ist eine super Idee, finde ich. Hier hauen wir gleich mal eine Schule rein. Hier neben Park, glaube ich. Doch, 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 doch. Können wir jetzt erstmal schon mal machen, den Park. Kleiner Park. Nehmen wir einen Spielplatz. Oder... Japanischen Garten ist doof. Park mit Bäumen. Ein großer Spielplatz wäre auch ganz schick. Hundepark. Ne, nehmen wir mal einen Park mit... Oh, das ist zu groß. Der passt hier perfekt hin. Guck mal, da haben wir einen schönen Park. Guck mal, hier ist ganz viel. Wir könnten nochmal... Ne, neben die Müllhalde ist Kacke. Hier wollte ich noch Parks hinbauen, ne? Oh, Kacke. Jetzt habe ich hier... Ne. So. Und so. Was baue ich denn jetzt gerade? Nur einen Park, ne? Genau. Guck mal, hier haue ich jetzt auch nochmal einen Park rein. So ein bisschen Park. Überall mal einen Park hinbauen. Überall mal einen Park hinbauen. Hm. Das ist ja aber erstmal Grundschule. Äh, hier Schule. Grundschule wollte ich hier inbauen, ne? Genau. Ja, hier muss ich das mit dem Strom nochmal neu regeln. Zack. Zack und zack. Das geht nicht. Dann muss ich das einmal... Moment, Moment. Ähm. Diese Leitung hier bitte kaputt machen. Genau. Jetzt kommt der wieder weg. Hier und hier einen hin. Hier oben habe ich auch die Leitung geschrottet. Genau. War natürlich geplant, die Leitung zu schrotten. Aber naja. Hier habe ich das durch das kaputt gemacht. Zack und zack. Habe ich noch irgendwo keine Leitung mehr? Ne, das war's, glaube ich. Super. Ich glaube, wir haben... Nein, wir haben fast 10.000. Wir können fast die Grundschule nochmal bauen. Ich glaube, die ziehe ich hier irgendwie hin. Geht das? Kriege ich die hier hin? Ja, ich glaube, ich kriege die hier hin. Ich brauche nur das Geld. Oder ist das hier hin? Hier hin. Das ist eine gute... Ja, doch. Dann können wir hier nämlich eine Oberschule hinhauen. Ja, wäre das Haus nicht im Weg. Verdammt. Hier ist die Leitung dann im Weg. Es tut mir leid, Häuschen. Dich müssen wir wegziehen. Und hier... Etwas frei machen. Damit wir hier dann später... Die Oberschule hinhauen können. Hier unten müssen wir auch nochmal eine Oberschule hinklatschen dann. Grundschule ist auf jeden Fall... Vier Stück. Vier Stück ist ausreichend. Oberschule haben wir noch gar keine. Genau. So, wie sieht es jetzt denn mit der Feuerwehr aus? Oh, hier unten müssen wir noch eine Feuerwehr hinhauen. Ähm... Reißen wir das Gebäude hier ab. Eiskalt. Und dann das hier. Klatzen wir da gleich eine Feuerwehr hin. Dann... Klatzen wir hier nochmal eine Feuerwehr hin. Und ich glaube... Hier. Genau. Hier müssen wir auch nochmal eine hinhauen. Dann... Ich weiß nicht, nehmen wir das Gebäude weg. So. Die hier oben haben keinen Strom. Stimmt. Die da oben haben gar keinen Strom. Ja, geh, geh. Okay. So. Das hier... Damit... Verbinden. Und überall bis hier unten. Super. Hier kann ich das gar nicht weiter verbinden, ne? Ne, hier muss ich das dann neu bauen. Von hier aus einmal... Bis hier hinten. Denn... Hier nochmal so einen hin. Wir haben nicht genug Geld. Okay. Können wir die Steuern nochmal erhöhen? Ich weiß nicht. Hauen wir mal bei Gewerbegebiet 10% rein. Hier hauen wir mal 18% und hier hauen wir mal 21% Steuern. So, ich weiß nicht. Es bringt viel. Aber die... haben alle kein Geld dafür, wie es aussieht. Ne. Steuern sind zu hoch. Okay, alles klar. Meckern sie bei 18%. Oh Mann. Okay, ich mach mal auf 14. Okay, habe ich damit jetzt gerade alles geschrottet? Ne, die Steuern gehen wieder runter, ne? Gehen sie wieder runter? Ah. Ich gucke mal auf 12%. Okay, jetzt bei 12% ist alles okay. Gehen wir mal auf 13% hoch. Ich weiß nicht. Meckern sie bei 13%? Ne, bei 13% meckern sie auch nicht. Okay, super. Industriegebiet meckert nicht mal bei dem Gehalt... äh, bei dem. Machen wir mal Industriegebiet auf 20%. Jetzt ist Steuern zu hoch. Okay. Machen wir wieder runter auf 19%. Ist bei 19% auch zu hoch? 18% war ja, wie es aussieht, ganz gut. Okay, 18%. 19% ist auch zu hoch. Dann machen wir auf 18%. Lassen wir auf 18%. Gewerbegebiet... Ziehen wir mal hoch. Gewerbegebiet auf 14%. Er kommt eben bei 18%, habt ihr auch nicht gemeckert. Ziehen wir runter wieder auf 17%. Das Gewerbegebiet... Ach, das ist das Industriegebiet, ne? Genau. Gewerbegebiet meckert auf jeden Fall nicht. Dann können wir Gewerbegebiet, glaube ich, nochmal auf 15% ziehen. So, und dann ziehen wir das wieder runter auf 16%. Kommt schon, nur auf zu meckern. Gewerbegebiet meckert immer noch nicht, aber die meckern noch. Heilige Kacke. 15% runter. 16% hoch. Ziehen wir das nochmal auf 15%. Aua! Okay, ich lasse ja schon. Ich lasse ja schon auf 13%. Ey, komm, eben habt ihr auch nicht gemeckert. Was ist denn mit euch? 14%. Ja, 14 geht runter, okay. Wo ist denn... Hier hinten ist ein großes Gewerbegebiet. Ziehen wir mal auf 17%. Meckern immer noch nicht. 18%. Oh, wir haben voll viel Geld. Immer noch nicht. 19%. Immer noch nicht. Okay, bei 20% ist jetzt auch Schluss. Lassen wir mal auf 20%. Lassen wir mal auf 20% erstmal. Super, wir haben erstmal... Gut, gut war es dann Geld. Hier wollte ich eine Feuerwehr noch hinhauen. Genau. Und hier oben noch eine, ne? Genau. Und hier wollte ich auch noch eine reinhauen. Und hier oben. aan